Ich bin Demz de Bay, Sohn von Jean de Bay. Kriecht vor dem Heiligen Kreuzzug! Du wirst mich noch brauchen. Ich glaube, ich sollte dich begleiten. Bleib bei mir und dir wird nichts geschehen. Sieh es als Chance, Ihnen zu zeigen, aus welchem Holzwege es nützt. Der Kreuzzug ist die einzige Hoffnung, meinen Vater zu finden. Ich war noch ein Junge, als er loszog, um unter der Standarte von König Löwenherz zu kämpfen. Jetzt verstehe ich, wieso euer Vater so viel Vertrauen in euch hatte. Was? Ihr kennt meinen Vater? Nun redet schon! Untertitelung des ZDF für funk, 2017